Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Vlog mit dabei ist heute, liebe Jodie. Oh damn, girl. Was? 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 Ich war natürlich schon fleißig, meine Freunde. Ich war natürlich heute Morgen schon beim Sport. Ihr habt es gesehen, es war ein saugeiles Workout. War absolute Spitzenklasse. Wir fahren jetzt gemeinsam nach Berlin mit dem Zug tatsächlich, weil mit dem Flugzeug kann man nicht fahren und deshalb nehmen wir den Zug. Was es da gibt und was wir da machen, erkläre ich gleich einfach, muss das jetzt sein? Ja, schon. So, und zwar fahren wir beide nach Berlin zu Epic Games. Wir melden uns nachher nochmal in Berlin. Ich glaube, die Bahnfahrt ist nicht so unglaublich spannend, aber dann wird's spannend. Dann wird's richtig spannend, oder? Spielen wir ein paar Spiele in der Bahn? Mhm. Was spielen wir? Ja, schön. Hotel Room Tour mit Jodie Kalussi. Okay, führ uns rum. Hier ist das Bett. Ja, und was haben wir noch? Da geht's raus. Genau, und da hast du dir Kaffee gemacht vorhin. Kaffee gemacht vorhin? Kaffee gemacht vorhin? Kaffee. Kaffee? Lampe hinter dir. Lampe hinter mir? Ja, und da musst du mal ins Bad zurückgehen. Da gibt's auch noch Sachen. Aber zeigst du mir das nicht? Ja. Na, danke. Sehr, sehr schön. Toll. Ja, hier können wir kacken, Leute. Und da bin ich. Wir warten jetzt gerade noch auf den Micky. Der ist nämlich jetzt auch hier im Moment da. Und ich sehe so zerstörend aus, weil viele Leute wahrscheinlich jetzt denken, die haben bestimmt direkt gef***t. Aber ich hab Jodie gekitzelt und sie hat mich fast umgebracht. Ich hab schon bald gesagt, hör auf, ich krieg nicht mehr. This girl mad dangerous, Bro. This girl dangerous. Wir warten jetzt auf Micky, dann geht's los und dann treffen wir gleich den anderen Rest. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich eigentlich vlogge. Ich dachte mir einfach, weil ich momentan irgendwie auf diesen ganzen Block zur Abfahrt habe ich mir überlegt, eventuell euch einfach mitzunehmen. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich ansprechen möchte. Ich weiß auch, ob ich das in diesem Video mache oder nicht. Geht natürlich um das Weiterführen des Ofos, beziehungsweise wo ich dann hingehe. Das haben ja schon mehrere Leute gefragt. Was? Es gehört hier gar nicht rein. Es gehört hier gar nicht rein? Komplett anderes Thema, sagst du? Ja. Wenn das die PR-Beratung sagt, Leute, dann muss ich hören, wa? Dann muss ich hören. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Auto bei Micky wieder, wenn ich Passanten anschreie und mit Müll bewerfe. Du hast so reingeguckt. Oh f***, jetzt musst du alle zuschauen. Au, au, au. Falkland. Falkland, links und rechts. Links und rechts. Was? Hilfe, nein! Fortnite! 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 So, schönen guten Tag. Setzen Sie sich bitte. Setzen Sie sich. Bewerbungsgespräch. Da kommt schon der Kollege. Guten Morgen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Sie haben sich bei uns beworben als? Ähm... Da stand hier eben noch das Schild, ne? Digga, jetzt bezahlst du dir das. Hier liegt ein Schild am Boden. Das hast du umgefahren, Digga. Alter. Ganz kurz, was ist drin? Wir haben gerade einen Rucksack bekommen. Machen wir kurz Unboxing. Wir kriegen hier die Schränke. Okay, wir haben eine Flasche Fortnite aus Holz. Flasche Fortnite. Stark. Aber sonst nicht ein Nenzenz, oder? Ohhhh. Irgendwas anderes vielleicht noch, Micky, was sich lohnt. Ohhhh. Bitte was? Bitte was, Digga? Okay, was hat's damit auf sich? Was hat's damit auf sich? Fortnite wird für die Nintendo Switch kommen. Alter, das darfst du aber bis 18 Uhr keinem sagen, ne? Ja, wir haben gerade alle hier so Rucksack bekommen. Waren bei der Switch drinnen. So, ich stelle mich nicht so, ne? Ähm, ja. Jetzt habt ihr's wahrscheinlich schon gehört. Vielleicht verlose ich die. Ich hab schon eine. Vielleicht verlose ich die einfach, Leute. Lass mal einen Daumen da oben da. Dann mach ich das. Ja, hat sich ja halt gelohnt für dich auch, oder? Voll abgefunden. Also, schon geil. Ich hab noch nie eine Nintendo Switch gehabt. Jetzt hast du eine eigene. Kannst damit immer spielen. Kommt jetzt ein Let's Play-Kanal. Ja, nein. Kalussi Gaming kommt zurück. Kalussi Gaming, jetzt auf der Switch. Ey. Wenn jemand, warte, warte. Wenn's jemand gibt, der meine Gaming-Videos editieren möchte, dann ja. Ihr habt sie gehört. Ihr habt sie gehört, Leute. Fortnite einfach auf der Switch. Das heißt, ich kann jetzt einfach mit meinem Handy-Hotspot, wenn ihr das Internet googeln, über so einen Zug spielen. Hast du gemerkt, dass du das Internet gut war? Ja, vielleicht trotzdem. Ist ja einfach saugeil. Ich hab vier Stunden gepennt, aber ist ja richtig stark, Mann. Immer gespannt, was Monster dazu sagt. Die Rucksäcke sind natürlich auch nochmal hier, ne? Die sind nochmal richtig schön beschriftet hier. Steht ganz dick Fortnite drauf. Also, ich beschwere mich nicht so. Ich bin extrem zufrieden. Mir geht's gut, Leute. Schön. Schön bis jetzt. Jetzt noch was Geiles zu essen. Tag läuft. Ey, sau unangenehm, dass du auch hier bist, Digga. Wirklich. Muss los, Alter. Hey, bei dir freu ich mich, dass du hier bist. Es ist sau schön. Okay, krass. Wie viel Euro ist dein Outfit wert? Die Schuhe, ich weiß nicht so. Zwei Scheine. Zwei Scheine, die Schuhe. Okay, die Hose? Die Hose, Zara. Zara. Das ist noch für 30.000. 30.000. 30.000. 30.000 Euro. Das Schöne ist bei den Tiaga, das sehe ich ganz klar. Das ist 600 Euro. Der Wristband hier, das ist glaube ich von Epic Games, kostet 900 Limited Edition. Die Goldkette und der Haarschnitt dazu. Zeig dir Gucci-Bed. Zeig dir Gucci-Bed. Zeig dir Gucci-Bed. Nice, Digga. Auch 30.000 Euro. Krass, Leute. Alle krankreiche hier heute. Ja, Streamer müsste man sein, ne? So eine Scheiße. So, wir spielen jetzt erstmal auf der Switch auf. Wie ist Ihr Voice-Chat? Jungs! Jungs! 600 Level in my Metal Facts, Alter. Was ist noch vor mir da stehen, Junge? Willst du echt so spielen? Ja, viel besser. Was? Leute, vielleicht kann ich auch noch nicht. Nein. Mach ich doch noch nicht. Wenn da Try-Hards drin sind, direkt rein. Dann mach ich Map auf. Jungs, wo landen wir? Ja, lass Viertelf jetzt gehen. Prison State 2. Prison State 2. 3, 2, 1, raus. Verdammt, ich hab falschen Leiter drin. Ich kann nicht mitspielen, Jungs. Besser ist das, Alter. Ich hatte keine Waffe. Besser ist das, Alter. Oh, shit, ich bin auch dort. Besser ist das. Ja, es ist gewohnt. Es ist für uns beide, oder? Wir kennen da. Mal zuzugucken bei die Maze Carrier. Der Klassiker. Oh! Guck mal, Maschine, Digga. Maschine, Miki. Das ist Sola, glaube ich. Das ist Sola, ja, lass ich mal. Miki ist gerade hier schön die Medikern am Looten, Alter. Auf, entspannt. Miki braucht so lange, guck mal. Versuchst du gerade zu editieren, Digga? Sola, willst du mir jemanden umbringen oder nicht? Auf geht's, Miki. Auf geht's. Ja, Mann, Miki. Geil, geil, geil. Das ist was den anderen. Komm mal, Miki. Jetzt auf dich selber. Barm, Junge. Digga, der Typ baut direkt wie Ninja. Was? Gib ihm, Bruder. Das ist alles schön. Das müssen wir alle Sola kicken, Alter. Okay, ich mach das erste Mal in die Kiste auf meinem Leben. Auf deinem Vlogs. Bis zum nächsten Mal, oder? Genau. Goldene Ska, Raketenwerfer und Damn Emote. Dieses Gebotte, dieses Rumgerenne. Die größten Trottel einfach. Okay, Achtung, ich baue. Ninja. Heftig, Digga, heftig. Aber man kommt schon schnell rein, es geht. Die gehen einfach ohne uns, ne? Jungs, bitte nicht so weit weglaufen. Jungs, hört ihr mich nicht so weit wegrennen, bitte. Sola, bleibt mal bitte kurz stehen, ja? Hab ihn! Hab ihn down! Ich hab ihn down! Zieh mich hoch, ich bin genockt worden. LattenDaddy, komm zu mir! LattenDaddy, er wird mich fertig! LattenDaddy, nein! LattenDaddy, rette mich! Rette mich! Rette mich! Rette mich! Ah! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch! Du Maschine, Alter! Weiter einen Kill! Nein, Digga! So was passiert, Digga! Die Grünen ehrst mir, ja? Monte, du möchtest mir ganz kurz einen Gefallen tun? Monte, bitte! Kannst du mir einmal ein herzliches... Ich kann nicht aufkommandularen, das geht nicht. Soll ich dich kitzeln? Ne, du kannst deinen Dödel rausholen. Dann hab ich was zu lassen, Bruder. So, Monte, ganz kurz. Ist wirklich wichtig. Wie viel Euro ist dein Auto wert? Können wir kurz durchgehen? Nicht viel. Fangen wir mit Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Nike. Welches Modell? Ja, ich hab keine Ahnung, Alter. Wie teuer? 200 Euro. 200 Euro. Okay, Hose? Hose 60 Euro. Hoodie? 80 Euro. Kappe? 30 Euro. Haarschnitt? 16 Euro plus 4 Euro. Trink jetzt 20 Euro. Unterhose? Ja, plus. 20 Euro. Pfff, alter Bruder. Ich bin kurz auf Wunder fertig, Bruder. Oha, oha. Wie teuer, bitte? Ja, hab ich aus Kaugummi. Sagen wir 16.000 Euro. Perfekt, danke dafür, Bro. Hey, Monte. Ja? Da ich jetzt eben das eine drin gelassen habe, wo du mich so gefreundet hast, ne? Wollen wir uns kurz über die Schemales unterhalten? Von mir aus. Okay. Was ist deine liebte Schemales-Darstellerin? Jappi. Jappi. Sau stark, Digga. Alter, Leute, jetzt Pro Tournament. Ninja und Marshmallow und Hand of Blood ist auch dabei. Hand of Blood, deine Meinung zu Hand of Blood? Hand of Blood? Ja. Super Spieler, super Typ, großer P... äh... Ach so. S2 wohl nach. Max Performance. Das war nicht cool. Absolut lächerlich, dass er von einem Rapper getötet worden ist, oder? Ja. Ja, aber ist Max. Ninja hat auch nur Kissa. Das ist Ninja genauso gut wie Max. Anders von Max genauso gut wie Ninja. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Schreibt's mal in die Kommentare. Aber bring ich doch was. So lang. Ja. Ist jetzt scharf? Ich hoffe. Ich mach jetzt hier einfach mal die Abmoderation. Ich hoffe mal, dass die Großteil des Videos scharf gewesen ist. Klar, weil ich war ja auf dem Bild... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht genau. Wir werden nicht mehr allzu lange hier bleiben. Ich bin ziemlich müde. Es ist jetzt halb drei. Da ist auf jeden Fall schon Schlafen Zeit. Schaut auf jeden Fall bei allen Leuten, wobei die unten verlinkt sind. Und so leistet ihr euch auch in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, Leute. Kommen wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Stream zu verlosen der Nintendo Switch. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Küsst eure Augen, eure Beine, eure Hoden. Auf Wiedersehen. Tschüss.